Wir von der Gebrüder Pauls OHG sind ein erfahrenes Unternehmen in Monschau, das sich auf den Garten- und Landschaftsbau spezialisiert hat. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Angebot an Leistungen rund um den Garten- und Landschaftsbau. Unsere Gartengestalter kümmern sich um Pflasterarbeiten und Terrassenarbeiten. Auch Baumfällungen, Baumsanierungen, Teichbau, Zaumbau stehen auf unserer Angebotsliste. Als Profi im Galabau übernehmen wir natürlich auch alle Gartenpflegearbeiten wie Heckenschnitt und Baumschnitt.